Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei The Last Story. In der letzten Aufnahme haben wir die Insel zusammen schwimmen gebracht und sind auf den Weg zur Hauptfestung der Guraks. Bevor wir jetzt aber weitermachen, wollte ich ihn kurz zu mir. Der Luaster sorgt sich um euch, er muss im Schloss sein. Ja, ja, gut, ich weiß Bescheid. Machen wir aber alles gleich. Machen wir alles gleich. So, dann springen wir sofort zum Markt. Das geht schneller. Zack. Gucken, ob ihr mit mir besprechen könnt. Oh, sieht gut aus. Ah, same. So ein Glück, ich kann gerade Pause machen. Sollen wir etwas spazieren gehen? Ich sage dir einen ganz besonderen Ort. Oh, okay. Gerne. Super, auf geht's. Wo bringt die mich hin? Mini, komm her. Miau. Ist sie nicht süß? Sie heißt Mini. Zu Hause kann ich sie nicht halten, deshalb kümmere ich mich wie um sie. Du bist der Erste, dem ich davon erzähle. Bitte verrate es niemandem. Mini ist eine seltsame Katze. Sie liebt Mandeln über alles. Zell, gib ihr doch auch mal eine. Hier. Töte Mandeln. Mini Mandeln geben. Oh, okay. Miau. Ah. Miau. Sie scheint dich zu mögen. Danke, dass du etwas Zeit mit mir verbracht hast. Spiel bald wieder mit Mini. Ihr solltet zurück zum Stand. Man sieht sich. Ah, gut. Darauf habe ich doch gewartet. Sehr schön. Und wo bin ich hier? Moment, müssen wir auf Karte schauen. Okay. Wir sind im Arsch der Welt. Na. Äh. Da sehe ich was. Da sehe ich was. Magie. Gruppe 1. Plus 1. Achso, das ist Mini. Ich dachte, da ist jetzt was. Verfolgt ihr mich jetzt? Ihr verfolgt mich. Ihr verfolgt mich. Aber nicht weit raus, oder? Nein. Gut. Ähm. Dann gehen wir weiter. Ach genau. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was diese Kampfgebiete bedeuten. Wir waren ja einmal, glaube ich, hier in der Reptidenhöhle. Oder woanders. Wir haben... Hier ein Kampfgebiet. Ich schreibe jetzt leider kein Kampfgebiet. Auf die Fornoinsel. Gut, Militärbasis. Okay. Ähm. Dann. Karte. Schlossplatz. Dann werden wir mal zu General Asra. Ich denke mal, ähm... Wir machen nochmal, so, Kampfgebiet. Wer weiß... ...was wir da nicht alles abstorben können. Aber was diese Punkte dazu bedeuten haben, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ob wir da, ob wir irgendwas abschließen müssen. Äh gut, dann lauschen wir nochmal einmal kurz. Interessant, dass Harris Stimme hier nochmal vertreten ist. Interessant. Ha ha! Wir sind invincible mit General Astar bei uns. Der eine Ritter hat sich angehört, wie der Gran. Even in a strong wind, the island's course doesn't change. Indeed. But what the devil is making it move. Maybe they've got a horde of reptids rowing down there. Ich habe das Gefühl, es sind dieselben, nur dass halt, äh, auch natürlich Stimmen verändern können. Aber man hört auch ein bisschen raus, dass es doch, ähm, immer meistens dieselben Stimmen sind. Ich dachte nie, wir würden die Krieg gegen den Garak beginnen. Ich habe nie eine Person zu töten. Ich hoffe, ich werde alles gut sein. Die Garak, Leute? Du wirst gut sein. Das könnte sogar selbst die, äh, könnte, das könnte wohl eine einzige Person gewesen sein. Lord Jorrel is not taking that Zales release too well, is he? Well, all that fuss turned out to be about nothing. The man's red as a tomato now. Ha ha ha, no doubt. Ist ja cool, der Erzähler war jetzt auch nochmal vertreten. Cool. Ich finde das, ich finde sowas interessant, aber klar, die können nicht für jeden Charakter, äh, jedes Mal einen neuen Synchronspecher nehmen. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Weil, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel spiele, spiele, wo ich auch selbst synchronisiere, ähm, habe, wenn ich Pech habe, muss ich ja auch schon unmassig an Charakternamen oder Charakterstimmen mir überlegen. Ist nicht so einfach, besonders Frauenstimmen ist schwer, für einen Mann. Und andersrum ist es, ja, komm, und andersrum ist es bestimmt, ähm, genauso schlimm, wenn jetzt Frauen Männer synchronisieren wollen. Okay, die reden auch dasselbe. Okay, die haben Zweifel an mir. Und ich stehe direkt daneben. Da sind noch einige Gespräche dabei. Ja, er ist eine Schande. Genauso sehe ich das auch. Bitte was? Ich werde einen Ritter, pass auf. Hallo, Durkheim. Hey, du lachst ein bisschen drüber. Was, was du darüber reden willst? Was Herr, was du sagen? Das Ganze Ausziner-täusch macht mich. Ich habe etwas anders in der Flamme des Ascendensivisten. Ich habe dann in einem Pollocken, umschlubgerissen mit Gedanken und Emotionen. Und sie versuchten mich an, um ihre frei zu werden. Ich glaube, dass das Ausziner viel mehr ist als wir denken. Und? Was ist, wenn es ist? Uh... Ja. So, jetzt nehmen wir den Kampf in den Garak, oder? Seid ihr Garak, bin ich. Wir senden nur diese Mercenaries erst. Wunderbar. Wir können sicherlich nach hinten sein. Kein Neugier, dass wir unsere Hände wegziehen. Natürlich nicht. Ich meine, hell, wir sind praktisch nurbeln uns selbst. Durchlesen. Diesmal haben wir nur zwei Seiten. Dann haben wir die Hüte der Wille der Erde. Ah, die Bücher sind bestimmt schon interessant. Aha. Ich überfliege das einfach nur ein bisschen. Die Macht des Fremden. Aha. Kein Bild. Ah, da. Alles klärchen. Haben wir das auch schon mal. Große Halle. Ich höre diesen Mann, der sie veröffentlicht hat. Zael. Ja, dieser Zael, bla bla bla. Ja, ich werde euch schon noch besiegen. So, warte mal. Den können wir doch ansprechen. Oh. Sorry. Wollte ich eigentlich nur ansprechen. Wollte ich eigentlich nur ansprechen. Könntest du mit meinen Kollegen in den Kastel-Depten sprechen? Sie werden dir alles über das erzählen. Okay. Ich werde gleich da sein. Du kannst da von der Hüte kommen, wenn du es nicht weißt. Oh, es bläht wieder. Ja, ja. Meine Brüse ist ruiniert. Ich weiß. Ich weiß. So, mit dir reden wir später. Tut mir leid. Ich muss mal eben kurz was anderes erledigen. Hab ich ja ganz vergessen. Äh, Schlossgebild. Gucken. Was derjenige mir für Anweisungen gibt. Bist du das? Wie ist jemand zu verstehen, die all diese verrückten Mechanismen zu verstehen? Der Argonen-Founder muss ein wirklich brainy Typ sein. Oh, ey. Du hast etwas. All diese Geräte von dir könnte ein wenig Polisieren nutzen. Wie geht es? Ich habe nichts mehr. Eigentlich nicht. Ich habe keinen genommen selber. Okay. Der Du warst es nicht. Hier war ich noch gar nicht. Hier ist das Tor zum Assistenten. Okay. Wer... Wem soll ich jetzt telefonieren? Wer... Wem soll ich jetzt telefonieren? Die Idioten. Was würde ich dem Count sagen, wenn etwas zu ihnen passiert? Ich habe eine wirklich schlechte Gefühl darüber. Ich hoffe, dass sie gut sind, aber... Ich denke mal hier. Ich denke mal hier. Ich werde sicher, dass sie gut sind. Vielen Dank, Master Zayle. Wir sind alle auf dich. Das war aber eine geile Tür. Sie wissen, dass wir hier sind. Du bist... Oops. Leichte Rüstung. Plus 4. Okay. Können wir doch mal ausrüsten. Wer hat eine leichte Rüstung? Ja. Äh... Leichte Rüstung. Plus 4. Achso. Ich habe eine leichte Rüstung. Plus 4. Achso. Ich bin zu einem Idiot. Okay. Dann kommt etwas in einem contenat. Ich bin ein paar Mal. Und versuche das ja noch einen Satisfen. Da. Auch das ist. Especially Zayle. Sie nennt sich sofort von Laszlose, für nichts zu sagen. Hey, ich habe nicht verändert. Ich bin noch mit deinen Leuten. Niemals. Also schau dir. Okay, jetzt können wir absuchen. Was ist das? Eine Tür. Zail. Check es out. Können wir hier noch was machen? Oh ja. Ne. Eine Tür hier. Ein Nebengang. Das ist interessant. Auf einer schwierigen Ebene, dass es so was hier noch gibt. Was zur Hölle. Ja, das sieht schon interessant aus. Beide auf, Zail. Okay, es war doch ein Kapitel. Ah. Natürlich. Zail, es gibt auch Hülle auf der anderen Seite. Lass uns verbrechen. Okay. Ich verdrehe und verdrehe hier alles. Egal. Äh, Reptile Schütze. Seine Distanzangriffe behinderten Gegner. Ja. Dann. Zack. Tschüss. Der ist immer noch nicht tot. Ähm, ja. Ist mir wieder zurück. Zail, es gibt Hülle auf der anderen Seite, auch. Lass uns verbrechen. Äh, ja, was muss ich machen. Wir sollen uns splitten. Irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich kann hier runter. Hö! Ich kann hier runter. Oh. Ach, hier. Das hat gerade weh. Okay. Ah, okay. Okay, Level ab! Wir sind wieder mal wieder ein Kapitel übersprungen. Oh, Natur! Magie, Level 2, Wald! Ach, okay, ich bin mit Lorimerania unterwegs. Alles klar schon. Ich kann mich gar nicht daran erinnern mehr an dieser Höhle. Ist das nicht so gefährlich? Die Höhle sind so nah zusammen. Ich glaube nicht, dass wir zu weit entfernt werden. Sollen wir gehen? Okay.